also willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar habe ich heute ein paket bekommen von gls die haben mir das zugestellt ja hier in relativ schlichter verpackung gehalten ganz schwarz ich weiß auf jeden fall schon was drin ist und dann muss ich sagen mache ich rechte es jetzt einfach auf und dann schauen wir mal also hier ist noch mal eine verpackung in der verpackung ich habe mir auf jeden fall schon gedacht das muss hier schon was da muss schon etwas edleres her und zwar ist hier ein hoodie von ace ruby drin kostet stolze 100 tacken also ist auf jeden fall nicht wirklich günstig aber wenn uns die qualität überzeugt dann kann man das auf jeden fall weiterempfehlen der versand hat ungefähr zwei tage gedauert jetzt das wochenende war halt dazwischen und dann würde ich sagen machen wir jetzt auf rechnung ist keine dabei aber die dir ja in eurer e mail hier steht noch mal die größe drauf ich habe mir den l gegönnt hier nochmal das logo ace ruby ich habe schon eine tab von dem in beige die kann ich auf jeden fall empfehlen hier ist der hoodie also man merkt schon auf jeden fall ist ein relativ dicker stoff feier ich mega man merkt schon qualitätsmäßig ist es schon echt hochwertig hier ich habe den hoodie in schwarz genommen hier vorne mit dem ace ruby logo und an der seite deswegen feier ich den pulli so die ace ruby stripes hier ich ziehe den pulli auf jeden fall auch gleich an und zeige ihn euch dann noch mal hier sogar das logo also wir werden echt auf kleinste details geachtet hier noch mal ace ruby qualitätsmäßig kann man da jetzt sich echt nicht beschweren aber sollte auch schon drin sein für 100 euro auf der hinteren seite ist dann nichts drauf ich feiere den hoodie mega deswegen habe ich ihn mir auch gegönnt und dann würde ich sagen ziehe ich den jetzt an peace also hier auf jeden fall noch mal das ace ruby print auf jeden fall ist es echt nice hier am ärmel noch mal die stripes ja ich würde mal sagen ich ziehe den hoodie kurz an schauen wir mal wie das ganze aussieht also wie gesagt ich habe hier größe l bestellt und das passt auch eigentlich perfekt für alle die ein oversize look haben möchten würde ich auf jeden fall dann xl bestellen weil das hier passt eigentlich ganz normal aber sieht schon heftig aus muss ich auf jeden fall sagen als die 100 euro haben sich auf jeden fall gelohnt ja was soll ich noch dazu sagen wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da und folgt mir auf instagram peace peace